oder schönen Nachmittag eigentlich mehr. Die Pressekonferenz nach dem Spiel aus der Sankt-Pölten 1 zu 1 ich darf den Peter Stöger bitten um ein erstes Statement zum Spiel und dann eure Fragen bitte. Bitteschön Peter. Ja, also wir waren mit der ersten Hörte überhaupt nicht zufrieden. Es war viel zu wenig. Wenig von dem, wo wir gesagt haben, dass wir etwas gesehen wollen, nämlich dass wir selbst aktiv sind. Und wir haben darauf reagiert, mit der Pause kleinerweise zu erklären, was wir wollen. Wir haben personell auch Veränderungen vorgenommen. Das war die Reaktion okay. Das ist das, was wir sehen wollen. Das ist die Annahme von schwierigen Situationen. Wir haben in den Bereichen versucht, etwas umzusetzen. Wir haben viel mehr Flankenläufe gehabt. Wir haben mehr Situationen, mehr Strafraumsituationen gehabt. Wir haben dann auch zweithalb Seiten mal gesehen, ob die Verteidigung der Sankt-Pöltener überhaupt gut drauf ist oder nicht. Weil das war ja selbstverständlich nicht zu erkennen. Mit der Reaktion bin ich zufrieden, weil ich weiß, dass das jetzt natürlich auch eine schwere Phase ist für die Jungs. Wir sind in der Kritik, wir sind eins nur hinten. Und dann etwas draufzulegen, etwas besser zu machen, ist auch nicht so einfach. Mit der Reaktion bin ich zufrieden, dass wir es da geschossen haben. Da kann man darüber diskutieren, ob das unentschieden gerecht ist. Ich glaube, wir haben auch Möglichkeiten gehabt. Die Sankt-Pöltener-Möglichkeiten gehabt, dass wir vielleicht das Zweite dann auch machen. Aber ich glaube, es war nicht ganz unverdient. Und ich bin jetzt mit dem Punkt nicht zufrieden, aber ich bin zumindest einverstanden mit dem, wie wir zweite Hälfte reagiert haben. Dankeschön, Peter. Für Fragen bitte die Hand hemmen. Michi kommt mit dem Mikro. Alex Strecher, Kurier, beginnt. Peter, hast du eine Erklärung, warum das überhaupt nicht funktioniert hat in der ersten Halbzeit? War das irgendwie von der Einstellung her bei manchen? Ich weiß es nicht. Also ich kenne die Jungs jetzt schon ein paar Monate. Ich würde es ausschließen, dass es an der Einstellung liegt. Dazu kenne ich sie zu gut, aber es ist halt, diese Mechanismen und das, was wir machen wollten, manchmal ist es halt schwierig. Die Umsetzung, habe ich auch vor dem Spiel gesagt, dass ich das als richtig gut bewährte, was die Sankt Böthner da auf die Beine gestellt haben. Und wir sind halt auch nicht richtig in Tritt gekommen. Auf der einen Seite haben wir, ich sage mal so, diese zweiten Bälle, die irgendwo mal wo sind, haben wir selten mal erwischt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war unser Passspiel und das, was alles war, das war ganz einfach nicht gut genug. Und dann kriegst du auch keinen Rhythmus. Und dann kriegst du auch keine Möglichkeiten und dann wird es vielleicht zäh und schwierig und damit sind wir dann im Laufe der ersten Halbzeit überhaupt nicht zurecht gekommen. Im zweiten Halbzeit war es dann besser. Wir haben unsere Außenverteidiger mehr im Spiel gehabt. Wir haben mehr Tiefgang gehabt. Wir haben Bälle in 16 Metern gehabt. Und die Sankt Böthner waren damit einmal beschäftigt, dass sie auch gegen uns irgendwas einmal verteidigen müssen. Und das verändert dann halt das Spiel. Und das ist das, was wir uns von Beginn weg gewünscht hätten. Das war wenigstens die Reaktion da. Aber wie gesagt, das war in allen Bereichen zu inaktiv halt. Das war jetzt im letzten Zentrum bei uns in der Innenverteidigung war es ja soweit noch okay. Aber alles, was rundherum war, waren so halbe Sachen. Und mit halben Sachen kannst du halt nicht nur im Leben nichts anfangen, sondern auch am Fußballplatz nichts. Weitere Fragen. Stefan Oellerer, Enews. Zwei Fragen an den Trainer. Und zwar würden Sie auch sagen, Patrick Benz war der beste Spieler der Wiener Austria. Und wie ist es Ihrer Meinung nach den All-on-Tour-Germann gegangen, wie er aufs Spielfeld gekommen ist? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Benz jetzt unser bester Spieler war. Aber Benz ist zumindest einer, der in der ganzen Saison sehr, sehr stabil ist. Das ist sehr, sehr freilich. Macht eine gute Entwicklung. Hat natürlich auch ein, zwei Saves gehabt. Die hat der Kollege auf der Wiese, wie seid ihr, auch gehabt. Also ich glaube, ich habe es in Ordnung gemacht. Ich finde, dass, wie gesagt, unser Spiel erste und zweite Halbzeit total unterschiedlich war. Aber ich habe unsere Innenverteidigung zum Beispiel richtig okay gesehen. Also ich finde, die haben das sehr gut gemacht. Ich habe den Handel sehr, sehr stark gesehen. Da habe ich echt Freude dabei, wie sich der entwickelt. Und bei Deutschmann muss man sagen, Täter wie bei Fitz. Wir müssen aufpassen. Die können natürlich auch ganz ein anderes Element in unser Spiel reinbringen. Beide zusammen, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber wir haben wahrscheinlich fast ein Jahr lang nicht Fußball gespielt haben auf dem Niveau. Das heißt, wir müssen die langsam heranführen. Aber ein Deutschmann ist halt jemand, der Bälle sichern kann. Ist jemand, der, sage ich mal, Situationen erkennt. Mal etwas auch, wo ein Gegner was hergibt, dass der dann da ist. Wenn man so will, ist eigentlich der klassische Strafraumstürmer. Der tut uns auch gut, aber wir müssen wirklich aufpassen. Weil vor allem ein Deutschmann ist ja ein Gefühl von einer Verletzung in die andere gelaufen mit ein paar Spielen dazwischen. Und das wollen wir ihm auch nicht antun. Und deswegen sind wir in der Diskussion. Aber ich finde, er ist soweit gut reingekommen. Weitere Fragen? Thomas Schrenk von der APA. Die Überlegung mit Stefan Zwierschitz im Zentrum. Was war da die Überlegung dahinter? Oder ist das Zentrum, ist das so ein bisschen so eine kleine Baustelle, wo man noch was sucht? Oder was ausprobiert? Das könnte ein Grund dafür sein. Nein, also dieser letzte, muss man auch sagen, wenn ich so bewerte, dieser letzte Defensivverbund. Wenn ich sage, die Innenverteidiger und die Jungs, die da vorspielen, die machen das die ganze Saison eigentlich nicht so richtig schlecht. Aber wir sind halt auch daran interessiert, dass wir noch ein bisschen mehr rausholen aus dem Bereich. Der Zwierschitz ist ein Spieler, den ich persönlich sehr schätze, weil er flexibel einsetzbar ist. Er ist ein intelligenter Fußballspieler, der ist taktisch geschult, der weiß, was zu tun ist. Und ich finde, er hat das auch in Ordnung gemacht. Er hat Phasen gehabt in dem Spiel, wo er sich auch mit eingeschalten hat, was wir gehofft haben, was wir nicht unbedingt von ihm verlangt haben. Ich glaube, unsere Probleme waren vor allem erste Halbzeit über die offensiven Außenpositionen, wo überhaupt nichts gekommen ist und keine Unterstützung für die Spitzen war und auch keine Unterstützung für das Zentrum war. Das war unser Problem. Und wir haben den Zwierschitz dann auch nicht rausgenommen, weil wir nicht zufrieden waren mit ihm, sondern weil wir gesagt haben, okay, eine schwere Phase. Der Fitze trotzdem, er ist fit. Wir wollen ihm jetzt, nachdem er bei den Young Violets gespielt hat, wir wollen ihm wieder Spielpraxis geben, weil es für ihn wichtig ist, dass er so einen Rhythmus kriegt. Und nicht, weil wir mit dem Zwierschitz unzufrieden waren, weil in der Phase hat unser Spiel eigentlich ganz gut funktioniert. Ganz gut, relativ. Einigermaßen gut. Gut, weitere Fragen und alles beantwortet. Ich sehe keine Handzeichen. Oh doch, Thomas Schrenk von der APA. Nachfrage, bitte. Ich habe Zeit. Okay. Jetzt ist das das Cup-Spiel, danach kommen die drei Reste bis zur elften Runde, also geht es gegen Rapid, Sturm und beim WRC. Es wären ja vielleicht etwas andere Spiele, wären es jetzt die letzten gegen Altdorf und St. Pölten, aber wie blickt man den jetzt voraus? Sagt man das? Ist man jetzt zumindest bereit, dass man sich mit ihm messen? Nein, also die letzten Jahre haben uns ganz einfach gezeigt, dass ein Platz im Europacup oder ein Platz unter den ersten sechs, wenn es eine Teilung gibt, keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist halt so, ich weiß jetzt auch nicht, warum sich auf Knopfdruck da etwas verändern sollte in der Sekunde, dass das alles so läuft. Wir müssen uns erarbeiten. Wir haben eine Konstellation, wo eh relativ viele arrivierte Spieler zum Einsatz kommen. Wir haben hinten auch sehr, sehr viele Junge, wo wir hoffen, dass die richtig anschieben. Deswegen freut mich auch zum Beispiel der Auftritt vom Jukic dann. Super, tut uns allen gut. Das sind so Signale, wo du sagst, okay, du hast noch mal eine Option und das entwickelt sich. Dafür braucht man in Wahrheit ein bisschen Zeit. Aber Zeit im Fußball ist Mangelware und bei Austria gibt es ja sowieso nicht. Das wissen wir und der Situation stellen wir uns nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube jetzt nicht, dass wir gegen die Mannschaften, wir werden dann vor Weihnachten dann einmal Resümee ziehen, wahrscheinlich in einer PK, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wir jetzt so wahnsinnig viel schlechtere Chancen gegen Sturm, WRC oder Rapid haben, als wir es mögen, weil sie gegen Altdach oder St. Pölten haben. Unsere Spiele, die waren alle durch die Bank relativ ausgeglichen, würde ich jetzt einmal sagen. Manche davor haben wir gewonnen, das nicht unbedingt gewinnen müssen, manche haben wir verloren. Wo ich sage, hätte auch nicht sein müssen, hätte auch etwas mitnehmen können. Und in dem Bereich bewegen wir uns. Und deswegen kann ich auch nicht genau sagen, was wir da dann mitnehmen. Weil es wird viel darauf hängen, wie gehen wir in ein Spiel rein. Ist es so fahrig wie die erste Halbzeit, dann wird relativ wenig übrig bleiben am Punkten. Ist es so, wie wir es in der Saison einmal schon Phasen gesehen haben, von Linz bis heute zweite Halbzeit von mir aus, wo wir Möglichkeiten gehabt haben und ich das Gefühl gehabt habe, da wird etwas gemacht, dann wirst du mehr mitnehmen können. Okay, dann Dankeschön, schönen Abend noch Kollegen von St. Pölten, schicken wir gleich rein. Passt auf euch auch.